Was ich damit meine ist, das heißt nicht, dass die Frau die schönste Frau der Welt sein muss. Das heißt nicht, dass die Frau das Schönheitsideal aller anderen entsprechen muss, aber sie muss dir gefallen. Es muss ein gewisser Grad von Attraktivität da sein. Und nicht nur so, dass du sie einfach aus Not heiratest, sozusagen. Weil das gibt es wirklich Männer, die das machen. Ja, die wollen heiraten, heiraten und bei Frauen genau dasselbe. Sie wollen unbedingt heiraten, boah, ich brauche jetzt eine Frau, ich will heiraten, heiraten, heiraten. Dann finden sie eine Frau und dann fangen die Brüder noch ein zu, ey, die ist voll gläubig, da kannst du nicht nein sagen, die kommt aus einem guten Haus. Oder bei dem Mann genau dasselbe. Willst du den nicht heiraten, das ist ein gläubiger Mann? Ja, aber es muss eine gewisse Grundattraktivität da sein. Denn wozu heiratet man im Endeffekt? Man heiratet im Endeffekt auch, um seine Gelüste zu stillen. Und das hat nicht nur etwas mit einem physischen Akt zu tun, sondern es hat auch etwas mit einem gegenseitigen Gefallen zu tun. Und wenn das Äußere von vornherein nicht stimmt, führt das in den meisten Fällen oder sehr, sehr häufig zu Problemen im Nachhinein. Deswegen, es ist wichtig, das Aussehen ist wichtig, lasst euch nicht von Leuten einreden, die keine Erfahrung haben. Ja, das spielt keine Rolle und das wird nachher alles, die Liebe kommt nachher. Und in den meisten Fällen, natürlich, es gibt solche Beispiele, aber in den meisten Fällen bringt so etwas Probleme mit sich. Das ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020